In einer weit, weit entfernten Galaxis, am Lebenstag. Das sieht doch gut aus. Wir haben Essen, Baum, Dekoration. Zusammen viele kamen, um zu feiern, was jeder mag. Bitte sei ein Oman. Bitte sei ein Oman. Es ist einer mit Schnalle. Doch Raiders Abenteuer lockte. Schnell es gehen würde, sie dachte. Wow. Bis ein geheimnisvoller Schlüssel sie in die Vergangenheit der Galaxis brachte. Entschuldigung, tut mir leid. Oh, Meister Skywalker. Was soll das? Sowas von cool. Wir waren bei meinem Meister. Dem Meister meines Meisters. Fühle ihn. Dem Vater meines Meisters. Beeindruckend. Und sogar bei dessen Meister. Imperator Palpatine? Ich fass es nicht. Könntest du dir irgendetwas anziehen? Ein Schlüssel, der es uns ermöglicht, durch Raum und Zeit zu reisen. Ich werde die Zukunft verändern. So sicher du bist? Weniger Quatschi-Quatschi und mehr Kämpfi-Kämpfi. Fortrenner. Verhext. Oh, doppelt verhext. So niedlich. Oh, ich will, ich will, ich will. Bester Imperator der Galaxis. Je mehr Gäste, desto besser. Party. Eine Zeit der Freude, dies ist. Rey! Der Freundschaft und der Familie. Wer seid ihr denn? Meister Skywalker. Mein Sohn? Äh, nein. Ich meinte, diese zwei Sohnen. Untergunter soll los? Willst du zuerst schießen? Nein, bitte nach dir. Nein, bitte nach dir. Ho, der Hirsch. Das Blues. VisHey!